Was ist eigentlich ein Tentpole Movie? Das ist auch ein Begriff aus der Marketing-Sprache und der bezeichnet die großen Filmveröffentlichungen eines Verleihers, die er in einem Jahr hat. Das Wort Tentpole, das heißt Zeltmast und genau sowas sind gewisse wichtige Filme für die großen Filmstudios. Denn so wie die großen Zeltmasten das gesamte Zirkuszelt zum Beispiel tragen, so tragen diese Tentpole Movies dadurch, dass sie die Filme sind, in die wirklich viele Leute reingehen, die ihnen wirklich große Gewinne bescheren, das gesamte Studio. Beispiele für Tentpole Movies sind dabei natürlich die großen Blockbuster, die für die Studios immens wichtig sind, allen voran natürlich die Superheldenfilme wie Avengers oder auch Serien wie die Hunger Games oder die Harry Potter Reihe, die alleine wahrscheinlich Warner Brothers komplett gerettet haben. Deswegen dürfen sie auch nicht für eine zu spitze kleine Zielgruppe gemacht werden, sie dürfen also nicht nur für 13-jährige Jungs gemacht werden, sondern sie soll auch bei den Mädchen, bei den Frauen und bei den Männern funktionieren, das heißt bei den Jungen, bei den Alten, quasi für die ganze Familie. Deswegen spricht man auch von Filmen, die alle vier Segmente bedienen. Jetzt wisst ihr also was gemeint ist, wenn ihr mal über das Wort Tentpole Movie stolpern solltet, das ist ein Marketingbegriff. Ich gehe jetzt aus dem Bild, dann könnt ihr nämlich noch ein bisschen weiter lernen. Bis zum nächsten Mal bei Moviepilot Filmwissen. Bye!